Hallo, hallo, hallo. Was geht? Wir spielen wieder eine Runde Gothic. Das letzte Mal diese Woche. Wir sind jetzt endlich Söldner. Und ja. So. Wir sollten hier die Snapper noch killen. So. Verdammt. Okay. Geh dooooch. So. So. Hallo. Hallo. Pennen wir ne kurze Runde, sprechen mit Oakry. Und dann... Gucken wir mal weiter. Hallo. Hallo. Hi. Aurek. Die Snapper sind erledigt. Gute Arbeit. Mit all den anderen Viechern da draußen werden wir wohl fertig. Ja. Hi. Samyman sollte hier ist... Ähm, so, was muss ich... So, in der Bibel gibt es eine Schrift über die Gefahren und Schwächen solcher Wesen. Satus war nämlich von magischen Kreaturen. Okay. Okay, im Ork-Gebet. Ähm... Okay, wir müssen also unter dem alten Lager lang. Ich würde da jetzt gerne drauf tippen, aber... Hallo. Ich würde jetzt hier rechts gleich hochlaufen und dann einmal gucken. So... 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 Eh... So... Uh... Abgegen Orcs... Huh... Huh... Schuss! So, ok. Langsam geht es echt gut voran. Oh. Ausgebrannte Schwefel, Buch des Wissens. Verstehe. Oh. Nice. Oh. 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 Baisa. Das war's. Okay. Hmm. So, dann gucken wir mal. Hier. 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 Ich würde jetzt mal ins Sektenlager laufen. Oh Gott, das war knapp. Ach, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite, okay. Okay. So. So. Go, 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 go. So. 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 Da bin ich eigentlich straight up online gegangen. Hey. Das hast du gesagt. Ja. Und ab morgen wird es richtig schön nervig. Da bin ich erstmal für... Bis Samstag eigentlich in Frankfurt unterwegs. Ja, bei uns kannst du hier auch die Luft ohne Regen schneiden. Das ist ja echt ekelhaft. Wieso greift der mich denn an? Er hat ihn fertig gemacht. Das ist ja echt ekelhaft. Das ist ja echt ekelhaft. Ja. 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 Ich hoffe mal, das Wetter in Frankfurt ist besser oder Darmstadt ist besser als hier. Und es ist nicht so warm. Ich hasse Hitze, vor allem wenn du in Konferenzräumen sitzt. Oh, das ist kacke, weil ich muss da in Konferenzräumen sitzen. Von Mittwoch bis Freitagnachmittags und dann nochmal 4 Stunden nach Hause fahren. Das wird richtig schön entspannt. Oh nein. Frankfurt dürfte sich noch mehr aufheißen. Aber das Gute ist, in Frankfurt sind wir nur einen Tag und dann geht's auf nach Darmstadt. Uh, nice. Aber ich bin auf Arbeit unterwegs. Hilfe. Gibt's denn da auch gute Nachrichten oder nur diese schlechten? Oh. Ja. Hey. Oh, verdammt. So. Da sind wir da mit vielen Leuten und die... Luftqualität ist kacke. Yo. Und dann kannst du da noch nicht mal weg... eben mal umziehen oder sowas, sondern... Du bist gefangen. Oh. 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 Ich weiß nicht, wo wir sind. Und weil wir in einer Ausbildungsveranstaltung sind, deswegen alles Überraschung. Der Kaffee hat es wieder rausgehauen. Also, wir sind da untergebracht. Ich weiß, dass wir Frühstück, Mittag, Abendbrot bekommen und dass es eine Ausbildungsveranstaltung ist. Und das war's. Wieso macht er keinen Sprung? Ey. Ich hab vernünftige Sachen gelernt. Ich hab vernünftige Sachen. Ich hab vernünftige Sachen. Ich hab vernünftige Sachen. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wunderte nur, dass ihr nichts über den Inhalt wüsste. Ja, das ist eher Richtung... Alle kennenlernen, das Unternehmen kennenlernen und das war's eigentlich. Hm, nice. Das war's für heute. Oh Gott. Dafür brauche ich den Schlüssel. Dafür brauche ich den Schlüssel. Hm, nein. Schade. Ja, die wollten halt nicht, dass da zu viel bekannt wird. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Überraschungsschne... Nee. Das glaube ich eher weniger. Hm, nein. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. Oh. 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 Johnny. Aber ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf die Tage. Nein. Aber ich glaube, ich würde es lustig finden, wenn es da ein Überraschungsschneeballsystem Vortrag gibt. Also ich glaube, das würde doch jeder lustig finden, oder? Und dann sitzt du da unangenehm berührt und denkst dir so, ich muss hier ganz schnell weg. Oh, who the fuck are you? Erstmal aufs Klo, dauert dann nicht. Hallo, wo waren Sie denn? Dekok, wir vermissen Sie schon seit drei Stunden. Jetzt sind Sie dran mit Ihrem Vortrag. Das Schneeballsystem und ich. Eine Präsentation von Dekok Ständerwerke. Ich glaube, ich würde da straight up abhauen. Einfach flüchten. Dekok. So. Dekok. Dekok. So. Ich glaube, ich bin im falschen Kurs. Ich wollte den Enkeltrikot... Oh, böse. Ja, ich frage einfach die Arbeitskollegen aus Frankfurt, ob die mir nicht mal ihr Rechenzentrum oder so zeigen wollen und dann chill ich da einfach den ganzen Tag drin. Oops. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hoffe ich. Hallo Lala. Hallo Lala. Hallo Lala. Hallo Lala. Hallo Lala. Also ich habe gehört, dass Astronautenanzüge auch... nur Toilette eingebaut haben. Also nicht nur Windeln, sondern auch richtige Toiletten. ... 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 Oh. Oh. Steinkohle. Oh, Blitze. Hab ich Blitze? Nö. Okay, schade. Nö. Oh Gott, was machst du denn? Und wieso lässt du Kissen explodieren? Oh Mann. Ja, also freiwillig würde ich sowas auch nicht machen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hm. Uh oh. 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 Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ah! Ya... Seguido! Ok! Witwenmacher. Ui, ui, ui. So. 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 Ja, ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass das DLC irgendwie 40 Euro kostet oder so. Aber ich bin auch gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ach nee, für Stardis? Ja, Stardis wird mega. Ich bin da echt gespannt. Und ich freue mich da schon richtig drauf. Oh, danke. Bei Stardis wollen Manni und ich zu zweit spielen. Das ist schon so geplant und ja, tut mir leid. So. So. Ben. Äh, nee. Eigentlich bin ich ein ganz netter Onkel. Zumindest laut meinem Neffen und meinen Nichten. So. Wir müssen irgendwie Schriftrollen kriegen. Oh. Hilfe. Ja, ja. Alles gut. So. Erst mit dem Lolli lurken und dann mit dem Kaktus rüberschieben. Ja, nie. So gemein bin ich dann auch nicht. Oh. Und was ist das hier? Hilfe. Ja, Zuschauer ist immer böse. So. 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 Ja, kannst du. Genau wie Lala gesagt hat, du musst dann nur das Konto verknüpfen. Ich weiß aber ernsthaft nicht, ob das noch möglich ist oder nicht. Damals war es möglich. Und das Update siehst du dann über Steam. Ja. 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 Christzauber kaufen. Hm. Try a moment. Musik So, ich muss mal ganz kurz Mitarbeiter schreiben. Jo, bis gleich. Hi. Wir sehen uns. So. Ich wollte jetzt mal zur alten Mine laufen. Und da mal kiegen. Weil die ist ja eingestürzt und... Ja. Da muss man doch mal gucken, wie das da aussieht. Oh oh. Okay, grad gab's komische Geräusche. Oh. Ah. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Oh. 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 Das war's für heute. Ha 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 Sooo Okay, und ab nach unten. Oh. Da ist ja noch einer. Oh Gott. Ab nach oben. Ab nach oben. Ab nach oben. Ab nach oben. So, äh, kriegen wir das? Hm, funktioniert nicht. Okay. Ich muss weg. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin zu alt für sowas. ... Walking Simulator Hallo? Hallo? Hallo. 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 Das war doch seine Entscheidung. Hi. Trainier. Ich kann... So. Seltener Kämpfer. 50% Okay, damit... Nice. Sei gegrüßt. Was? Ich muss dann... Sprechen wir mit Kronos? Warum? Ich möchte... Was? War doch klar, dass es Ärger gibt. Das kann ich nicht heißen. Es ist einer auch... Das hätte er auch selbst müssen können. Aber doch... Schnell... Körger, Körger. Wie ist denn die Zettämen? Die Zettämen. Die Zettämen. Die Zettämen. Oh Oh So Run, boy, run Hallo Verlass dich auf jemanden Und bist verletzten, es ist nicht so Ich Verquatscht mit ihm Das kann ich nicht, schon für mich kann ich da lieber rauchen Wenn du meinst Dann können wir jetzt Suck, sag das Show Hilfe Ne Trollkirsche Hilfe Da geht's in die Troll, äh, in die Dingsensstadt Oh Oh Okay, soundtechnisch sind die Besorgnis erregend. So. Und Eis zauber. So. 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 Dann zweite Runde. So. 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 Äh Wo muss ich hin? Oh Du bist wohl gerne ungestört was? Saturas schickt mich Wir brauchen deine Hilfe Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen Der Erzhaufen ist nicht die Lösung Nein? Die Feuermagier sind alle tot Gomez hat sie ermorden lassen Das wundert mich nicht sonderlich Diesen dummen barbarischen Schlechtern in der Burg allen voran Gomez War noch nie zu trauen Koristo und die anderen Magier Haben sich ihren Henker selbst gewählt Als sie Gomez damals halfen Die Macht an sich zu reißen Der sogenannte Schläfer Soll ein übler Erzdämon sein Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden Die Wassermagier glauben nun Dass wir alle in der Kolonie In großer Gefahr sein Die Gefahr ist größer als irgendjemand Innerhalb der Barriere erahnen kann Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt Vergiss den großen Erzhaufen Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit Für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwindet Dann wüssten sie jetzt Vielleicht auch das Was ich weiß Was denn? Keiner der zwölf Magier von damals Scheint sich je gefragt zu haben Warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet Und sie diese riesigen Ausmaße annahm Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa wie viele glauben Tiere Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen Vor vielen hundert Jahren beschwörten fünf Orks-Schamanen Einen uralten Erzdämonen Um ihrem Clan die Macht zu verleihen Ihre Feinde zu vernichten War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später Doch warum sie das taten Und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern Werde ich dir nicht erzählen Warum nicht? Ich glaube du könntest der... Nein Um mir ganz sicher zu sein Musst du noch eine weitere Aufgabe lösen Was für eine Aufgabe? Hör gut zu Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger Der von einem meiner Dämonen befragt wurde Nicht mehr von sich geben Was hat dieser Orks-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen Ein Orks-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage Suche den Schamanen Er ist nicht gut auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen Also wird er dir vielleicht zuhören Bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht Sehr beruhigend Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier Es ist nicht zu übersehen Denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges Der schon von Weitem zu sehen ist Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt Aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen Ich suche magisches Wissen Was brauchst du? Ich verliere keine Tat Okay, nice. Okay, where are we now? Runen schmelze Archimisten Tisch. Okay. Hilfe. 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 Hm, nein. Verdammt. Okay. Okay. So. Da oben müssen wir hin. Kriegen wir das irgendwie hin? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Oh, verdammt. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ha. Moment. Moment. Okay. Weiter geht's. Auf zum Ork Schaman. Okay. Weiter geht's. So. Und weiter. Wichtige, arbeitsrelevante Maßnahmen, äh, erstellt. baggeraden things rum. So. MT- Wichtige, arromm nicht was man. Xine. Järزungen mitzid Erießt, man kann es aussehen. Auf jeden Fall. Los Stáisक Syvers. Nicht mehr Pastor Wartel IV, Er heißen, ich habe dir die Mit оказалось. Still? Was ist das? Das war's. Oh, verdammt. Oh, 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 oh. Das... Die sind nochmal bedeuten stärker. Kein Ding. Wer bist du? Name Urshak, sein Sohn von Geist. Menschen nennen Schamane. Woher kannst du unsere Sprache? Urshak gewesen Sklave bei Menschen in Mine. Sein gelaufen weg, seien viele Winter her. Du warst Sklave in der Mine? In welcher Mine? Mine gewesen mit Dorf in Kessel darüber. Warum kämpfen deine Stammesbrüder gegen dich? Urshak, gefallen in Ungnade, haben beschmutzt Ehrfurcht vor Krushak. Glauben, Krushak sein böser Dämon. Was heißt Krushak? Menschen sagen Schlafen. Du meinst Schläfer? Ja, Menschen sagen Schläfer. Was weißt du über den Schläfer? Fünf Brüder seien gewesen, seien viele Winter vorher. Waren Söhne von Geist, wie Urshak. Fünf Schamanen also. Haben gerufen, Krushak! Haben besiegen wollen, Clan von Feind. Fünf Brüder von damals. Haben gebaut, Tempel in Erde für Krushak. Ein unterirdischer Tempel zu Ehren des Schläfers. Das muss Xardas gemeint haben, mitunter der Orkstadt. Was passierte dann im Tempel unter der Erde? Brüder von damals haben gegeben Herz für Krushak. Aber Krushak gewesen böse. Krushak verfugen alle, die bauen Tempel. Brüder ohne Herz, nun sein Tod und lebendig, sein beides. Krushak haben Herz von Brüdern. Herz sein Kraft für Krushak. Was passierte mit den Arbeitern, die den Tempel erbauten? Krushak verflogen alle. Auch die gewesenen Arbeiter seien allen tot und lebendig. Haben die Orks an der Oberfläche nichts unternommen? Haben verschlossen Tempel. Brüder von heute anbeten, Krushak. Krushak bekommt Opfer, damit nicht werden böse. Urshak-Opfer finden falsch. Haben gesagt, Krushak böse. Brüder wollen nicht hören. Brüder sagen, Urshak gehen. Brüder schlagen Urshak. Ich muss in den unterirdischen Tempel. Kannst du mich dort hinbringen? Urshak sagen Dank zu Fremden. Fremde retten Urshak. Aber Eingang vom Tempel in Heimat. Urshak nicht können gehen Heimat. Verstehe. Sie lassen sich nicht mehr in die Orkstadt zurück. Kannst du mir sagen, wo auf meiner Karte hier die Orkstadt ist? Heimat von Urshak sein. Wo Karte nicht mehr wahr. Fremde geben Karte. Dann Urshak machen Karte fertig. Erstaunlich. Bist ein guter Kartenzeichner. Danke. Nun, dann muss ich mir den Weg wohl freikämpfen. Brüder in Heimat seien sehr stark. Brüder seien sehr viele. Fremde nicht gehen. Viele Krieger. Fremde sterben. Andere Söhne vom Geist in Heimat. Machen fremde Feuer. Dann fremde sterben. Okay, okay. Aber ich muss einen Weg in den Tempel finden. Urshak keinen Weg. Fremde tragen Ulu Mulu. Ulu Mulu? Was ist ein Ulu Mulu? Seien Standard der Freundschaft. Brüder respektieren Ulu Mulu. Fremde tragen Ulu Mulu. Dann fremde nicht sterben. Wo bekomme ich ein solches Ulu Mulu her? Fremde gehen zu Freund von Urshak. Freund von Urshak geben Ulu Mulu. Fremde tragen Ulu Mulu. Dann fremde nicht sterben. Ja, ja, das mit dem Nichtsterben habe ich verstanden. Aber wo finde ich deinen Freund? Freund von Urshak seien in Mine von Menschen. Freund damals nicht laufen weg mit Urshak. Freund damals gewesen krank. Warst du in der freien Mine gefangen? Urshak gefangen in Mine unter Dom. Urshak glauben. Danke für deine Hilfe. Urshak danken Fremde. Fremde retten Urshak. Fremde nun Freund von Urshak. Freund nehmen Geschenk. Nehmen Talisman von Urshak. Talisman schützen vor Atem von Feuerwarn. Urshak nicht können gehen Heimat. Urshak nun hier wohnen. Freund kommen, wir brauchen Hilfe. Vielleicht werde ich auf dein Angebot zurückkommen. Oh-oh. Nein. Nein Nein Oh Jaum So Suche nach Ulumulu Ey Tempel Ich hab mir aber ein Tempel davon gefunden Und aktivieren können Okay Ich hab auch Okay Dann Reisen wir zu Zart was Begrüßt Sehr gut Die Orks verschlossen den Tempel Und bringen ihn seitdem Opfer Um ihn zu besänftigen Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten Begib dich zum unterirdischen Tempel Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören Ich verstehe nicht War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh Es ist schon genug Zeit verstrichen Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel Ich suche... Was brauchst du? Ich werde verliegen So, dann gucken wir nochmal hier unten und jumpen nicht in das Pentagramm rein Und dann teleportieren wir uns ins neue Lager, würde ich sagen Funktioniert nicht So, dann gucken wir uns ins neue Lager, würde ich sagen Untertitelung des ZDF, 2020 So Ja, hab ich Der Erzhaufen Suche Bar Ich möchte Riechst du Nen Dedi Was Ein Bei Status Ach Okay Ich war grad im Kopf Nen Dedi Und dachte mir so Alter Du Meinst Nen dedizierten Server Ja Richten wir ein Nein Warum nicht Du musst Ich Ba Ich 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 möchte... Nun? Nun? Äh... Äh, auf meinem. Also... Ich glaube... Genau, also... Ich werde... Das Dedizierte nehmen. Äh... Und dann privat, weil der wahrscheinlich besser laufen wird, als der von extern. Und, äh... Wenn die Server-Files von Sartis Upgrades bekommen, bin ich ja heilfroh drum. Hey, du. Was sagt... Sie sind so... Guten Hunger, Lala. Bis später. Ja... Da wird sich nie was ändern. Aber kaum... Ein Freund von Urschock, der mit dem Mensch gefangen ist. Okay, dann. Dass wohl eine komplette Überarbeitung ansteht. Das eine, was aufhört, ist der Rahmenbedarf. Okay. Also genau deswegen, wegen dem Rahmenbedarf, will ich wechseln. Also nicht wechseln. Ach, will ich den hier zu Hause betreiben, weil hier habe ich 32 Gig und das schadet dann nicht. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gommes-Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Wenn das das Einzige ist, was... Ja. Eine Rückeroberung mit vier Mann ist dann immer das Einzige. Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gommes-Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als einer unserer besten Söldner würdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Hey du. Mach's gut. Mach's besser. Oh. Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Okay. Auf zu Wolf. Also, warum brauchst du denn dann ein größeres RAM-Kit? Ich dachte, du hast 32 GB für den Server. Ich darf nicht sagen. Hey. Oh, ja. Okay. Ja, das Betriebssystem nimmt aber nicht so viel in Anspruch. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Ja. Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gommes. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterarm. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Wie bekommst du? Ich kann dir. Und diese nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung. Okay. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn? 2050. So, da wird es ganz kippchen und die Schmissen schwer abzufangen. Ja. Kann ich verstehen. Das ist ganz kippchen und die Schmissen schwer abzufangen. Dann müssen wir jetzt noch Level farmen. Kack. Okay. Echt? Und? Oh, nein. Dachte ich. Ja, dann hast du Probleme. Definitiv. Also, ich hoffe, bei mir klappt das alles mit dem Server super. Da bin ich sehr gespannt. Sonst muss ich da wirklich mal irgendwann ein Upgrade fahren. Ich glaube, ich habe ein i7, i5... 10.500 T... Weil das ein Mini-PC ist. Ei, ich denke... Das... Genau. Und die Server darauf funktionieren echt top an sich. Ich denke, das ist schon... Ich denke, das ist schon sehr trocken. Ich denke, das ist schon ein ... Oh. Jaaa... Also... Ich bin mir da aber unsicher, weil die CPU-Last im Single-Core-Prozess ist bei dem überhaupt nicht schlimm. Also egal, ob ich Minecraft mit einem Haufen Mods baller oder Entschrouded. Warte, das können wir doch mal eben fix nachgucken. Also. Ich starte den gerade mal neu. Also, das ist der Server im Idle. Ich habe den noch nie über 20% gesehen. Aber ich kann mal eben gucken. Ah, 9500T. Okay. Ja, ich würde sagen, müssen wir gucken. Und... Ah... 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 Also, wie gesagt, müssen wir einfach mal gucken, weil... Ich habe den Eindruck, dass das klappen wird. Ja, das wird schon klappen. So, jetzt muss ich hier Monster nach und nach anlocken, damit ich hier... Oh, in Prüfung... Da drücke ich dir auch die Daumen natürlich. Ich versuche... Oh, das ist ja egal. Das ist ja. Da läuft ein Wolf Also da ist gerade ein Orkwurf durch die Gegend gelaufen So 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 Locken wir den nächsten an So 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 Deswegen habe ich mal geschaut, wie es mit Sartis Server so läuft. Also, ich bin da wirklich gespannt. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass der Server völlig ausreicht von mir aktuell. Oh. Die werden aussterben, wenn sie rechtzeitig über den Weg laufen. Mach's gut. Die werden aussterben. Die werden aussterben. Die werden aussterben. Die werden aussterben. Verstehe. Die werden aussterben. 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 Die kriegst du nicht so Einer. Die fangen aussterben wird. Die werden aussterben. Die werden aussterben. Die werden aussterben. Die werden aussterben werden. Also da freue ich mich ja schon drauf, dass man nicht besucht werden kann. Also das war auch mein Ziel, dass ich das ein bisschen überprüfen kann. Und ich freue mich schon auf den Tag, wo die Release Notes rauskommen dafür. Dann will ich da auch nochmal alles durchlesen. Und dann am 10., also nächste Woche Dienstag, hauen wir da ordentlich rein. Haben wir Gordon verloren? Anscheinend. Wieso könnte das eventuell schwierig werden? Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Ah, bis jetzt ist die Serverinstallation von Sartis eigentlich relativ easy gewesen. Ah, okay. 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 Ah. voll geblutet. Eeeh. Hey du! Auf! So, wie viel brauche ich denn? So, wie viel brauche ich? So, wie viel brauche ich denn? So, können wir auch leveln. So, wie viel brauche ich denn? 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 So. 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 Sooo... Okay, dann klettern wir da hoch. 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 Okay, okay. Okay, klettern wir da hoch. Jetzt können wir da hoch. Undrying schiefst. Sie München drinnen. Die Endpromge sind wir da hoch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das nervig? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, damit haben wir die hier unten auch erledigt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Warum konkurren ich wieder? Okay, dann laufen wir jetzt unten lang. Ich glaube, der versiegelte Trank ist für Toruk. Okay, dann laufen wir jetzt. 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 Okay. 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 So, und nochmal Penn. Ich gehe mal davon aus, dass das kapitelweise ist. Cothic 1, Minecrawler... Sobald man das Ulumulu hat, kann man zu Wolf gehen. Wo ist jetzt Gorn? Sobald. 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 Okay. Ja, verschwinde. Ja, verschwinde. Ja, verschwinde. Ja, verschwinde. Okay, das hat geklappt. Okay, Gorn ist am jumpen. Okay. 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 So, gucken wir mal hier. Oh Gott, da ist ja einer. Okay. 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 Oh Gott. So, kommt Korn mit. Na komm. So, kommt Korn. 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 So, ich stehe auf diese ganze Scheiße. So, wo geht's hier lang? So, da geht's nicht lang. Okay, wir brauchen Korn. Korn, mein alter Freund. So, da geht's nicht langs. So, da geht's nicht langs. So, da geht's nicht langs. Die Bieste sind wirklich saudung. Ich steh auf diese ganze Scheiße. Ja, schön für dich. Ich so eher weniger. Oh, Schmiedekunst. Gabe der Götter. Berserker-Axt. Berserker-Axt. Ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok Schulden dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok. Also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Tvachkar und Orantak. Fremder bringen dann Tarok, machen Ulumulu. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Sein sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Dvachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Viele... Was ist ein Ort am Tag? Hauer von Großes Träum. Machen Großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll leben viel. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen Faust treffen, dann Fremder fallen. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Fremder gehen. suchst du wieder aufwändig wieder aufwändig Oh. Hat er überlebt? Achso. Achso. Hm. Hä? Hm. Hm. Oh Mann. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardista... Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben. Ich werde hierbleiben und dafür sorgen, dass... Lass mich mal vorbei. Suchst du wieder? Mir ist alles ruhig. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lidi... So lange werde ich es mir... Bis... Lass mich mal... Sauber. Dann haben wir das auch geschafft. 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 Ich bin maintes in die Seite. Danke. Maske, Maske. So, dann sprechen wir doch mal mit Lee. Und ich weiß gar nicht, müssen wir irgendwie noch lernen, wie man Zähne entnimmt, Hörner entnimmt und so weiter. Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich, kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Hey, du. Dann gehen wir einmal zu Laris. Mal gucken, ob der zufrieden ist mit dem Trank. Ich habe hier den Heiltrank von Degger. Sehr gut. Es ist ein sehr wertvoller Heiltrank. Der Teil der Beute vom letzten Überfall war. Mach's gut. Mach's besser. Hey, du. So, wir müssten jetzt eigentlich, ich würde mal zum Meer gehen und einfach mal in Feuerwehr antönen. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Und gehen wir hier lang. Oh, locker. Obwohl, wir müssen hier wieder hoch und einmal zu Dingenskirchen. Ach verdammt, ich habe sogar vergessen zu Wolf zu laufen. Verdammt, aber das können wir später machen. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne... Zähne... Bring mir Piste krallen, kannst du vor allem... Du musst... Ich will lernen, was willst du wissen? Wie komme ich den... Okay. Mal gucken, ich habe nichts mit Hörnern. Wir könnten noch Kavalon fragen, was der sagt. So... 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 Ist Diego noch da? Ist Diego noch da? So... So... Diego ist noch da? Okay. 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 Dann gucken wir doch mal hier nach dem Schattenläufer. Ich glaube, den im Lager hatte ich noch nicht getötet. Und dann können wir noch unten ins... Zum Strand gehen. Und da nochmal gucken. So... Hier pennt ein Schattenläufer. Hier pennt zwei Schattenläufer. Oh. Uh oh. Oh... Hull. Oh Okay Dann machen wir einmal die Truhe Abgebrochen So 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 Ah Dann pennen wir als erstes und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie Tränke kaufen können. Ich möchte. Nein, lass mal stecken. Okay, Sumpflager. Darion. Okay, der hat nix. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sich sieht, kann ich ihn auch nicht mehr. Oh, keine Alchemie. Oh, keine Alchemie. Gibt es hier irgendwo Töpfe? Oh, keine Alchemie. Oh, keine Alchemie. Dann gucken wir mal da oben. Und zwar nach Feuerbaranen. Ey, dass ich zwischendurch immer noch mit denen Probleme habe, ne? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war nicht von Erfolg gekrönt, aber vielleicht können wir hier ja was plündern. ZDF, 2020 So... 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 Ah! Ah! Cool! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach, Erzhaken. Das entspannteste, was es gibt. Verdammt. Oh, Erzader erschöpft. Toll. Oh, Erzader. Verdammt. Nice. Nice. Oh, Erzader. Okay, hier waren wir schon überall. Ah, jetzt müssen wir hier unten lang. Okay. Oha. Oha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das hier tief. Oh Gott. 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 Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, wir können dann gleich mal mit Wolf sprechen. Ich habe jede Menge dieser meinten FANTASK, wie lange wirst, ich habe nicht, schau. Zeig. So, Sharky können wir noch ansprechen, oder hat der nur noch Ramsch, ja. Oh, vielleicht sollten wir vorher noch mal schlafen. So, was braucht... Sumpfhai, Trolls. Das ist doch alles mal gerecht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nichts erfüllen. Das ist mein Problem. Ich bin ganz nervös. Ich höre kaum, dass ich daran was ändern werde. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Er musste es ja besser lösen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich dachte, das wäre schon mal geklärt. Kann schon sein. Ich bin ganz nervös. Ich war nicht besonders schlau. Das wundert mich. Es war doch klar, dass das gerade gekünzt hat. Ich bin ganz nervös. Gucken wir oben nochmal bei den Magiern, ob da noch der Alchemist rumläuft. Tja, nö. Ha. Was? Was? Ich muss gehen, dann. Hm? Moment, ich guck mal eben. Gothic 1, Kapitel 4, Tränke kaufen. Was ist das? Was ist das? Schau! 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 Amen. 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 Hm. Amen. So. Ha. Er sollte eigentlich da unten mit rumkammeln. Moment. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war ganz allein. Das? Das hätte ich dir vor. Erst mal abwarten. Wir sind nicht zu heiß gegangen. Also wie heißt noch Yoda? Danke. Wünsche ich dir auch. Und gute Nacht. Und danke schön. Ich hoffe. Oder ich denke, dass ich nur am Samstag wieder online komme. Und dann dir nur gute Nacht. Und... Ja. Bis... Samstag dann. Genau. Genau. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern werde. Wahrscheinlich hast du es. Dann lass uns den ersten Mal abwarten. Warum erfahre ich das jetzt nicht? Wenn du meinst. ... ... Stehen die dann weiter hier unten? Hä? Hä? Ist der verschwunden? Hä? Ich kann das nicht mehr hören. Okay. Okay. Anscheinend ist der NPC weg. Dann... ... 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 Zeig mir deine W- Ha, der hat auch nichts mehr. Wo? Gothic 1, Alchemie. Definitive Edition. Definitive Edition. We'll all run. Okay. Willst du mich aufhalten? Nein. Das ist die Frau da an. Hey du. Zeig dir was. Meine Meinung kennst du. Lass uns was wissen. Ist doch nichts Neues. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. Kein Interesse. Ich kann kaum so viel nachlegen. Ist auch ganz gut so. Solange... Was machst du? Ich brenne den Reisschnaps, jung hier. Will ich... Was kannst du mir über den... Okay, schade. Sobald Katar soll eigentlich irgendwie sowas haben. Trinke... Mal gucken. Oder vielleicht habe ich da auch schon alles leer gekauft. Ich weiß gar nicht mehr. Ich... Ich... Nur an... Ich... Was? Weiß gar nicht mehr. Ich... 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 Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Oh, Gott. Oh, Gott. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. So, ich will jetzt noch ein Sumpfdingsens Viehchen töten. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Da ist einer. Lass mal, mit dem Kran kann ich nichts anfangen. Lass mal, mit dem Kran. Oh, 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 oh. sei gegrüßt was ich muss ich werde ich werde was ich war okay so ich mache jetzt Feierabend wir haben schon echt gut was geschafft und es wie gesagt Samstag geht es dann weiter ja und dann gucken wir mal also ich werde jetzt eine Woche entspannt in Frankfurt frittiert und Samstag spielen wir dann vielleicht sogar Gothic zu Ende mal kicken ja aber so dann erstmal eine gute Nacht schlaf gut und dann würde ich sagen bis Samstag Tschüri und auf Wiedersehen hauen sie rein bis Brian bis Brokkoli Tschau Tschau Vielen Dank.